Jetzt sieht man auch mit neuerdings, dass man jetzt super easy snipen kann, falls was nötig ist, je. Kann praktisch sein. Ich krieg keinen guten Spawn, das ist unglaublich. Wait! Da rede ich davon, auf einmal steht hier so ein Dorf neben mir. Wie werde ich denn? Ich hätte gedacht, dass ich noch was auf meinem YouTube-Kanal hochladen hätte. Nein, das könnte ein Run sein. Porky.